Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu JustCost 2. Ja, mal gucken, was für eine Mission wir machen, denn... Immer wieder Festungsmissionen und da würde ich jetzt gerne mal eine einnehmen. Ja, ich glaube, ich nehme mal eine mit den... Wie heißen Typen? Äh, ja, zeig mal an, wie die heißen. Ich will wissen, wie die heißen. Mieterwechsel. Tja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie die heißen und... Äh, das war die 4. Okay. Äh, Exfiltration. Komm. Äh, jetzt habe ich auch keine Ahnung, wo das ist. Hm, ich gehe mal hier hin. Irgendwo in der Nähe kann es ja sein. So, ich habe mir jetzt gar keinen Plan, wo es ist oder wo es sein kann. Bekannt, Bukan, Bulacabangang. 100% erledigt. Ja, wir müssen sich noch deinem Ziel nähern. Das ist die Sterne. Wirklich. Ja, aber Glück habe ich selten. Sein Sterbe. Und yeah. Wo ist das? Oh, ziemlich nah. Noch 1,8 Kilometer. So, jetzt bräuchte ich ein Auto, um reinzufahren. Irgendwo ein Motorrad oder so, denn... Ich habe jetzt keinen Bock auf. Ja. Einfach mal mitfahren. Was passiert schon mit der Hände? Was ist? Ich stehe nur 5 Sekunden hinten drauf und schon fliegt aus. Was passiert hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Eck mit dir, meins. Äh, ja, eine Müllabfuhr mitten im Dschungel. Das bringt es ja auch. Das ist genau das, was man hier im Dschungel braucht. Der Müllabfuhr. Noch 1 von... 1,2 Kilometer. 60 Kilometer, nicht Kilometer. Das ist komisch. Ja. Draufgeschissen, ich fuhre mir ein Auto. Ich fuhre mir ein Auto, ich fall hier nur runter. Mit dem Ding. Oh, oh, und yeah. Ich werde nicht runterfallen. Geil. Ja, dahinter greifen wir uns wieder vollem Abspacken. War auch egal. Wie, jetzt einfach mit ihm durch und... Was? Was sollst du das? Komm, knall ich durch die Bandage. Bäm, runterfallen. Bäm, explodieren. Das ist... Kacke. Ich bin der Penner von der Gosse. Weg mit dir, meins. Mein Telefon. Sie können kämpfen und sie können töten, Soldat. Aber solange sie die Revolution nicht im Herzen tragen, sind sie mein Feind. Die Reihen der Reapers füllen sich mit jenen, die bereit sind, das Joch der Unterdrückung abzuwerfen. Doch leider haben wir nicht genug Waffen für all diese Rekruten. Und das müssen wir ändern. Es gibt ein Versorgungslager des Militärs mit ausreichend Waffen. Und mit ihrer Hilfe werden es die Reapers einnehmen. Meine Männer bringen sie jetzt dorthin. Ich kann mich nicht mehr machen, ich kann mich nicht mehr machen. Und cool, wir sind in der Wüste. Innerhalb des Komplexes gibt es eine Sendeanlage. Ich kann mich damit in das Sicherheitssystem hacken und unseren Feinden befehlen, sich zu ergeben. Wie geil das hier aussieht. Halten Sie mich am Leben, Scorpio. Oh, geil. Wie haben wir die Gegend noch? Wir haben hier Feindaktivität. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Näh, nix Einheiten. Ich bin hier die Einheit. Wir sehen das Ziel. Äh, ich hab keine Monie. Ja, ich hab keine Monie. Scheiße. Wie soll ich hier jetzt töten? Nö. Du, Basta! Du, Basta! Du, Basta! Du, Basta! Du, Basta! Du, Basta! So. Es ist weiter Wachtturm und... Suchen Sie einen anderen Weg und öffnen Sie ihn dann von innen. Feierschutz! Los, Scorpio! Los! Jo, Ment! Du musst die Sonderschöne runterstellen. Die brüllen hier mir die Ohren zu. Und das war nicht die Sonderschöne. Äh, audio. Ups! Verdammt! Boah! Die müssen wirklich leiser sprechen, denn die brüllen mir die Köpfe weg. Boah! Okay. Speichern, Einstellungen. Und... Jetzt dürfen die nicht mehr so hart brüllen. Da ist er! Weil die sind immer so übelst laut. Ich seh das Team! Ah! Was? Was sollte das? Nö? Boah! Übertreibt doch nicht mal. Ich bin schon fast tot. Ich bin schon fast tot. Boah! Was ist denn Bock mehr? Was? Geh doch weg! Ey, ja, was? Die Rakete flog einen Bogen. Was sollte da? Den Tods nur riecheinander gefesselt habe. Ja, logisch. Nee, jetzt kommst du. Boah! 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 Warte! Geh doch weg! Geh doch weg! Tolle Sterben, ey! 2, 1, 2, 3, okay! Da! Sehr gut, er blutet! Sehr gut, er blutet! Sehr gut, er kackt! erledigt weiter geht's erledigt diese Faschistenschweine was für Schweine Faschist, Eiii, geh doch weg ey komm komm ich anschub, BÄM, kommen die mit dem blöden M.G die blöden Schützen oder Schützen soll nicht M.G blöden Gättlinge geht doch weg voll die Störung oi wo bist du denn? da bist du oh wie ich direkt verrecke schalten sie es aus Korpio die Gättling kackt mich in Städte wo ist sie denn? so ja geh weg ja warte, 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 warte scheiße ich wollte ja gar nicht glauben, heute auf einmal sich dann schützen nix, sterbe Boah, übel ey, wie viele hier sind Sind noch irgendwelche Die auf Fresse wollen Äh, dann zuerst alles schön zu schießen Ah, zuerst abheben Wo ist ein Jeep? Ich sehe den Jeep nicht Hoffentlich war es der, weil Von hier sehe ich irgendwie gar nichts, aber egal Oh, sende doch Gibt es hier noch? Was gibt das hier noch? Unterdrücke haben dort vorne eine schwere Verteidigungsstellung Wir müssen sie zerschlagen Oh, da vorne ist noch was Äh, ne, ich glaube, sonst gibt es hier nix Ne Ist hier nix Oh, ne, ne, ne Oh, scheiße, hier war noch ein Mast, egal Ja, wie schnell gehen die Dinger schrutt Willig Material Kommt ihr jetzt irgendwie oder so? Äh, wo? Ich sehe nix, wo? Stach Ja, in der Kiste Ja, in der Kiste Ich sehe nix Ja, in der Kiste Ja, in der Kiste Ich sehe nix